Am einfachsten sind die Bundestagsabholparkplätze vom Tunnel Tiergarten Spreebogen aus erreichbar, indem man am nördlichen Tunnelende die ganz rechte Spur nimmt. Auch hier das drohende Warnschild, maximale Höhe 2 Meter. Deswegen ganz, ganz wichtig für alle Großraumfahrer, ihr müsst vorher eure Fackel abnehmen. Die meisten gängigen Großraumtaximodelle sind knapp 2 Meter hoch, mit Fackel aber zu hoch. Auch hier erreichen wir ziemlich schnell die Schranke, ziehen einen Parkschein. Die Schranke öffnet sich und auch hier brauchen wir nur wieder den Symbolen zur Mietwagenrückgabe zu folgen, indem wir erstmal geradeaus fahren. Mietwagenrückgabe geradeaus. Wir befinden uns ja jetzt schon in der richtigen Etage, das heißt wir müssen nicht durch das Rondell fahren, sondern nur rechts. Und schon ist zu meiner Linken die Stellfläche für die Bundestagsabgeordneten zu sehen. Der Jungen. Die Stellfläche für die j conex. ική